Oh mein fucking Gott, hat die Granate ihn da rüber gehauen? Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Reaction Video. Das letzte Reaction Video ist schon eine Weile her, deswegen heute der erste von zwei Teilen. 100 Top Virale Clips Season 12, auch wenn wir noch nicht am Season 12 Ende angekommen sind. Wir haben noch ungefähr drei, nicht ganz vier Wochen Season 12 an der Backe. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Season 13. Ich bin auf die Kommentare von euch gespannt in dem Video, was ihr von den Clips haltet. Es schummeln sich kurioserweise, keine Ahnung, ob dieser Kollege, der das zusammengebastelt hat mit den 100 Clips, da schummeln sich 1, 2, 3 World's Edge Clips mit rein, die natürlich nicht in Season 12 mit drin ist. Das hat mich ein bisschen verwundert, ansonsten aber trotzdem ein relativ cooles Video. Ich bin wie gesagt gespannt, zweiter Teil folgt am Sonntag. Haut rein, bis zum nächsten Mal, viel Spaß. Let's take a walk on the wild side, baby. Let's go. Oh, der Spot kommt noch mal. Das ist ja geil, das ist wirklich. Kissen. Let's go. Alter, der Damage. Das kann ich sehen. Mal kurz auf den Damage gucken, bevor er es losgeht. Das ist ein brillantes Episode. Let's go. Bei 2600 knapp. Er hat einfach mal 600 Damage gemacht mit dem Arx da und noch ein bisschen mit der Spitfire. Oh, krass. Oh, da erschreckst du dich aber richtig. Was ist das? Was gibt's? Manchmal in Apex geht es darum, zu arbeiten smarter, nicht harder. Oh, mein Gott. Perfekte Terminkgranate. Stark. Stark. Ewigkeit Snowpoint gespielt. Oh, er steckt einfach in der Tür, wirst du was? You gotta love Caustic Gas. Breathe it in. Ich hasse Caustic. Oh, da passiert auch. Jetzt ist unsere Türkörperfläche nach. Was ist das Schiff? So, once I've bangled, and I bangled them, we'll get stuck in angles on them and stop fighting them. Just try to do 11 initial damage, free damage. Matty, one safety dead. Push this. Push this right now. Buddy, what? Start Crypto. Cut it. Alter. Cut it! Catching them by surprise is always the biggest advantage. There are literally a håf here. There are almost no weapon hits here today. You're gonna hit immediately, but it is also very easy if you do such a weapon hits. machst ich wundern wenn es der echte war oder oh mein fucking gott 180 auf 840 war easy peasy golden snob down aber geil oh sehr sehr geil i can take now remember guys if you are enjoying the video to hit the like button it makes a massive difference in the youtube algorithm if you want to see the most viral plays first every single day then subscribe the bow notification as well with the circle coming to a close you're about to see an intense endgame oh wer kennt das nicht ich hab das schon so oft gebracht in der endzone auf die eigenen mates zu schießen in der hektik knockdown goldness ja alter er hat es aber durchgekriegt fast was well if you play a lot of apex fighting around a gibraltar dome is a key mechanic if you want to dominate in moments like this und tschüss hat er das überlebt der pathfinder war das ein pathfinder oh oh und tschüss wiedersehen das war der infight krass das ist geil wow you boys got to love creative ways of just destroying enemy squads oh die gegner sind auf dem dach alles klar das ist richtig geil das ist richtig geil aber in der situation erstmal eine maggie zu haben krass die kann nichts mehr machen krass stark aber wie oft kommst du in so einer situation krass das enemy squad are going to be screaming at the teammate they let drive oh stark getroffen guckt euch den den schaden an wahnsinn krass sie bleiben aber auf dem trident krass das ist so doof das ist so i don't think this enemy squad was expecting this much damage to come out of our lifeline alter der war noch fast voll geheilt das war 200 damage das war stark alter nicht schlecht und direkt gehittet rampart main witz äh stop der hat doch gerade einen direkten hit gemacht 10 rampart main warum kam nichts weiter nach der explosion oder weil es das gebi schild war ich verstehe es nicht alter er trifft ja alles obwohl er nichts sieht okay das ist so vor pc mit wingman und muslimic rumkross aber dieses clip von ihm ist auf einem anderen level lass mich wissen was ihr denkt Fuse ist einfach groß in diesen Tagen und das muss einer der dritten Parten sein. Wir werden die ganze Zeit haben. starke behauptung, wenn da steht die 100 top viralen Clips Season 12, ist sie bei der BAMLUS, oh das war aber ein ganz trauriger Versuch seinen Mäh zu holen, ah das Standardvisier ist tatsächlich gar nicht so schlecht von der Sentinel, oh, Fick Hasswaffe Nummer 1, Rampage, stark geht euch das auch so, wenn ihr im Nahkampf mit der Rampage nichts trefft, aber die Gegner hingegen mit der Rampage im Nahkampf treffen einfach alles Hass, obwohl ja viele aus Prinzip die Waffe liegen lassen Oh mein Gott Das waren zwei Squads, er baut sich einfach fucking ein, nicht schlecht Sometimes Weapons just don't cut it and nades are needed Ach, das ist immer krass, wenn du einfach nur ganz steil nach oben die Granate laufst, dann klappt das auch noch Weil die explodiert wirklich kurz vorm Boden, das ist so crazy Ich fühle mich wirklich schlecht für diesen Spieler Oh mein fucking Gott, hat die Granate ihn da rüber gehauen Tatsächlich Oh, ist das ne fiese Sache, geil Oh, wie schön Ah, der alte Bunker in Kings Canyon Oh, mit Maggie kannst du auch richtig fiese Sachen machen, stark Einfach mal ne Termitgranate, den Eingang versperrt und dann die Taktik rein, krass Scheiß auf Gas, wir brauchen Maggie 80 Damage nochmal auf den anderen, krass oder was, oh mein Gott ARK-Stars sind die größten Grenaden von der Welt Ja, stacken Wetten, er stackt Delfi auf der Zip Never Demetile Strayer, Hermano Wuh 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 Clip, dad Necesse ich so guardare sein Clip, bro Stark Das war stark Das geile in Season 12 ist, dass die Mapabwechslung so genial ist Bei den Clips siehst du schon, jede Map ist dabei, außer natürlich Worlds Edge Die Master ist einfach göttlich Oh Wie oft ich in diesem Schacht schon verreckt bin Krass, nicht schlecht Tetriss mit den Boxen Wie viele Fehlschüsse da dabei sind Guckt euch, das ist genau das, was ich meine mit der Rampage Im Nahkampf, das ist so crazy Sie Never Alter Er rennt auch noch rein Oh mein Gott Oh, das muss richtig geil gewesen sein Rampart könnte nicht ein Favorit der Masse sein, aber dieser Spieler ist großartig mit ihnen In solchen Momenten denke ich mir immer, fuck ich spiel jetzt Rampart Und dann nimmst du sie selber und denkst dir Hm, cool Ja, nimmst du wen anders Wie man ihn kaum gesehen hat Sollte man unbedingt machen, jede Legende eine dunkle Skin haben Schlimmer letzter Hit